Digga, da hängen die in so Bauketten. Haha, das ist schon mal ne Wabe, oder? Oha. Eigentlich sind da so Drähte drin, aber das hab ich hier anscheinend nicht gemacht. Die bauen halt auch gerade volle Hütte die Wabe aus. Wie Medizin, Mann. Das ist alles Brot, dieses hellbraune, was ihr da seht. Ich probier ja ganz viele Kästen aus und das ist die Millifera Einraubeute. Das ist anscheinend so ne ganz bienenfreundliche Beute für die Bienen, weil das halt so große Waben sind, wo die so große Brotflächen anlegen können. Hier oben haben wir so einen kleinen Tunnel drin. So ist halt auch jede Wabe unterschiedlich. Also es gibt keine Wabe, die aussieht wie die andere. Jetzt kriegen wir noch ein neues Rähmchen, das wir wieder weiterbauen können. Und zu die Bude. Hier ist jetzt auch noch ein Volk drin, das kennt ihr noch gar nicht. Das war auch mal ein Schwarm, den ich mir besorgt hab mal. Und da schau ich jetzt auch mal rein. Den muss ich mal im Auge behalten, das schwächelt mir ein bisschen zu doll. Die anderen drei werde ich die Tage mal durchschauen. Die waren nämlich eh relativ stark, also ich glaube, die machen ihr Ding. Und ja Leute, wir sehen uns. Peace.